Werdet ihr nicht, dank mir. Ich bin fertig. Und nicht durch Blutsmagie aufheben. Auf keinen Fall an das Baby kommt. Einen lauwarmen Kaffee bei einer Observierung oder... Was immer sie tun, wenn sie Verbrecher verfolgen. Das ist eine Lebenseinstellung. Sie müssen sich ganz darauf einlassen. Fassen Sie bloß nichts an. Wie soll ich zaubern lernen, wenn ich nichts anfassen darf? So wie ich damals von Rumpel. Wir schaffen zuerst eine ordentliche Grundlage und darauf bauen wir ihr Können Schritt für Schritt auf. Ich sagte nichts. Also, während wir hier sind, wer passt da auf Henry? Die beiden verbringen neuerdings sehr viel Zeit miteinander. Hockangut. Er neigt zur Gewalt, ist impulsiv und hat einen Haken als Hand. Auf sowas stehen alle zwölfjährigen Jungs. Ich vertraue ihm. Er hat mich hergebracht, obwohl er es nicht musste. Oh, natürlich hat er sie... Beginnen wir mit den Grundlagen für Zauberformeln. Soll das ein Witz sein? Wären Sie ertrunken. Ertrunken? Ja, genau. Was soll das denn werden? Ich bringe Ihnen Schwimmen bei. Immer wenn Sie Ihre Kraft genutzt haben, haben Ihre Instinkte Sie rausgekitzelt. Wenn du nicht bei Henry bist, was hat man ja nachsehen. Ich dachte, Sie können mit Spiegelzauberei nicht in andere Welten sehen. Kann ich auch nicht. Aber nachdem ich Ihre Kräfte gesehen als Bürgermeisterin, kann ich Jungen ohne Führerschein nicht fahren lassen, hier in Storybrock. Sie hat recht. Sie hat recht. Sie hat recht.